Wir stehen hier schräg gegenüber vom Kanzleramt, aber das Kanzleramt ist nur deswegen ein Kanzleramt, weil wir das für ein Kanzleramt halten. Das könnte auch etwas ganz anderes sein. Morgen könnte es zum Beispiel eine Fahrradstation sein, wo man Fahrräder auslegen kann und Angela Merkel steht dort. Das steht und fällt mit dem, was wir glauben, was das ist. Das ist das ja oft eben nicht. Also am 23. September ist Wahl und dann müssen wir uns die Frage stellen, wen wir wählen, ob wir überhaupt wählen oder ob wir nicht jetzt schon mit der Wahl anfangen können, indem wir die Dinge, die uns nicht gefallen, einfach nicht wählen. Das kann man jeden Tag tun, indem man in den richtigen Supermarkt geht und die richtigen Dinge konsumiert. Oder eben nicht konsumiert. Ich glaube auch, dass das, was ich gesagt habe, nichts Neues ist. Journalisten sollten ja eigentlich dafür da sein, ich bin einer, Reporter, sind ja eigentlich dafür da, komplizierte Dinge so zu erklären, also so einfach zu erklären, dass sie die da versteht. Heute ist es so, dass wir das gerne so machen, dass wir ganz, ganz einfache Dinge so kompliziert erklären, dass sie niemand versteht, damit die Journalisten und die Politiker quasi das sind, dass wir von ihnen abhängig sind, dass wir glauben, wir brauchen die, die uns die Welt erklären. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen solche Politiker nicht. Wir brauchen auch solche Reporter eigentlich nicht. Wir brauchen auch nicht solche Journalisten, die uns quasi die Welt verdrehen, um uns in Abhängigkeiten zu treiben. Ich lehne das ab. Ich gehöre nicht mehr zu diesen Leuten dazu. Ich muss sagen, es ist auch nicht so, dass ich nicht mehr dazu gehöre. Ich habe nie dazu gehört. Ich verstehe nicht, was diese Menschen machen. Es ist mir auch furchtbar langweilig, mir einen Text vorlegen zu lassen mit dem Inhalt schon. Ich darf dann in eigenen Worten die Leute belügen. Es ist einfach langweilig auch. Bin ich nicht bereit. Ich möchte euch eine ganz kurze Geschichte erzählen, weil ich immer wieder auf die Soziologie komme und immer wieder auch auf die Massentechnologie komme, also die Kommunikationstechnologie. Wir sind vernetzt durch das Internet. Nutzt das Netz, vernetzt euch, denn nur wenn wir es kollektiv machen, haben wir überhaupt eine Chance. Das muss jeder verstehen. Ja! Das heißt, das, was früher nicht da war, dass nämlich die Massenmedien kontrolliert wurden durch einige wenige, diese Pyramidenkommunikation, das ist ja weg. Jeder kann kommunizieren, das war anders gedacht. Julian Assange war nicht geplant, das ist eine Panne, die aber nicht mehr rauskommt aus dem Netz. Werdet alle selber Julian Assange. Hier sind sehr viele Mobilkameras auf mich gerichtet, Mobiltelefone auf mich gerichtet. Ihr seid alle Reporter, stellt es ins Netz. Und wir haben es gesehen bei Karl Theodor, alle zusammen können wir eine Menge erreichen. Die Minister müssen gehen, wir müssen das viel stärker machen. Also bringt euch ein, macht ein bisschen Attacke. Vielleicht zu dem, es hat überhaupt keinen Wert gegen Monsanto zu sein, wenn man weiter für Bayer oder Dupont ist. Das bringt überhaupt nichts. Man muss das verstehen. Also wir machen gerade eine Demo gegen Monsanto, aber das ist verkappt eigentlich für Dupont und für Bayer. Wir müssen verstehen, dass es um ein Gesamtsystem ist. Auch Monsanto ist nur ein Symbol. Wir müssen also anfangen, uns wieder für unser eigenes Leben zu interessieren und damit auseinanderzusetzen. Das kann Angela Merkel nämlich gar nicht tun. Es ist falsch, Angela Merkel oder ihren Freunden da draußen die Schuld zu geben. Denn diese Schuld, die Angela Merkel hat oder einige ihrer Frau Minister, das hat auch eine Funktion. Denn solange Angela Merkel schuld ist, sind wir alle unschuldig. Das ist die soziale Funktion. Das sind wir nicht. Sind wir nicht. Wir sind alle, nein. Wir sind alle schuldig, weil wir das ja zulassen. Angela Merkel kann nicht unser Leben bestimmen. Das machen wir nur selber. Und ich sage immer, wenn Angela Merkel plötzlich Monsanto verbieten würde, es gäbe keine Monsanto-Produkte mehr in Deutschland, dann würde jeder Einzelne was tun? Er würde keine Monsanto-Produkte mehr essen. Das wäre aber dasselbe, was er tun würde, ohne die Entscheidung von Angela Merkel. Das heißt, er würde ja nicht für zwei Leute keine Monsanto-Produkte mehr essen, sondern er würde nur für sich keine Monsanto-Produkte mehr essen. Ich brauche also nicht die Entscheidung von Angela Merkel. Ich konsumiere die Scheiße nicht. Das muss man verstehen. Und die Angst ist eigentlich immer nur, dass man der Erste ist. Und dann muss man sich in der Firma erklären, was man denn jetzt isst. Bist du Veganer? Bist du Vegetarier? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ich sein soll. Mich wird auch immer gefragt, auf welcher Seite ich stehe. Entschuldigung, auf einer Kugel ist ja die Erde. Kann man gar keine Seite haben. Was willst du denn von mir eigentlich? Ich habe auch keine Lust, mich ständig gegen eine Religion aufhetzen zu lassen, die ich gar nicht kenne. Ich habe auch keinen Bock mehr auf Menschen auf Bomben. Werfen zu lassen, die ich gar nicht kenne. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Für die allgemeine Sicherheit. Ich finde nicht, dass die Sicherheit in Deutschland am Hingutekusch verteidigt wird. Man muss sich das mal vorstellen, jemand käme aus Kabul und würde die Sicherheit von Kabul in Bayern verteidigen. Das ist absurd. Und deswegen ist es, wenn jemand so etwas sagt, muss er sagen, der Mann braucht dringend ärztliche Hilfe. Und das ist das, was wir heute haben. Wir müssen uns das mal so... Ein Spitzenpolitiker hat gar nicht die Zeit, sich mit den Inhalten zu beschäftigen. Angela Merkel weiß morgens, wenn sie aufsteht, gar nicht, welche Meinung sie hat. Die bekommt sie im Dienstwagen dann angeboten. Sie ist praktisch eine Art George Clooney. Das ist ja gar nicht ihr Text. Es wäre also völlig falsch rum und unfair zu Angela Merkel, was sie dauernd sagt. Frau Merkel sagt nur das Drehbuch eines anderen Regisseurs. Wir müssen an die Studios ran. Richtig. Ja? Nee, wir müssen sie ran. Genau. Wir brauchen auch nicht diese Drehbuchschreibe. Wir müssen unser eigenes Leben wieder drehen. Gerade indem wir es umdrehen, indem wir nicht in diese Kinos gehen. Und das hat mit Angst zu tun, ja? Kennen wir das? Wenn du morgen mit dem Flugzeug abstürzt und überlebst, dann wirst du dich wundern, was du alles kannst. Ja. Du kannst eine ganze Menge tun, ja? Aber warum machen das Menschen immer nur über einen Schicksalsschlag oder wenn es nicht mehr weitergeht? Hör einfach auf. Hör einfach mal auf, komm zur Ruhe und mach die Dinge anders, ja? Und ein letztes Beispiel. Ich bin zum Beispiel jemand, ich habe Höhenangst, ja? Ich mag es nicht, von diesem Lastwagen zu springen. Würde ich nicht machen, kann ich mich verletzen. Aber in meinem Job habe ich oft damit zu tun, anderen Menschen Ängste zu nehmen. Das bedeutet für mich, ich muss mich auf der Situation stellen. Das heißt, ich, jemand, der eigentlich Höhenangst hat, habe meinen Fallschirmschein gemacht. Ich bin also Fallschirmspringer, ja? Das bedeutet, ich habe 48 Jahre lang gelernt, dass es keine gute Idee ist, aus 1,20 oder 3,50 oder 7,12 zu springen und dann springe ich aus 4 Kilometer Höhe und nach dem dritten Mal ist es das Normalste der Welt. Und was heißt das? Wenn das möglich ist, dann ist viel mehr möglich, ja? Ich kann die Angst überwinden, indem ich mich der Angst stelle, indem ich lerne, wie ein Fallschirm funktioniert, mich mit der Aerodynamik auseinandersetzen und dann kann ich heil landen. Und das bedeutet, dass wir müssen keine Angst davor haben, was die letzten 40 Jahre nicht komisch gelaufen ist. Die Dinge können auch ganz anders laufen. Wir müssen anfangen, aus diesem System herauszuspringen. Das ist ein Flugzeug. Und dann müssen wir rausspringen. Und dann geht der Schirm auf und dann geht es irgendwie weiter. Und das muss man selber tun. Diesen Entschluss, aus der Maschine auszusteigen, den macht nicht dein Fluglehrer für dich. Das musst du selber tun. Und wenn du das mal gemacht hast, dann fragst du dich draußen schon, Entschuldigung, was mache ich hier? 300 kmh auf dem Weg da unten, das kann ich überleben. Aber nach dem dritten Mal wird es das Selbstverständliche der Welt. Und das wiederhole ich nochmal, wenn es möglich ist, eine Urangst, eine intuitive Angst zu überwinden, dann ist es doch möglich, die richtigen Produkte zu kaufen oder die falschen zu meiden. Das ist doch albern dagegen. Ja? Und das ist etwas, was ich noch sagen möchte. Wir haben ja die Intuition, die ist ja in uns angelegt, die Intuition, was richtig ist. Wir haben die Intuition für was richtig und falsch ist. Wir sind damit alle Menschenrechtler. Ich muss mir das nicht von jemandem erklären lassen, dass ich für die Menschenrechte sein kann, nur nicht, wenn sie in Palästina mit Füßen getreten werden. Nein! Verstehst du? Ich sage, Apartheid-Staat ist Apartheid-Staat, da bin ich dagegen, egal wo. Ja? Und ich will auch keine Waffen explodiert werden in irgendwelche Systeme, die genauso totalitär sind, aber die besseren totalitären Systeme. Und mir steht auch nicht das zu, eine Exilregierung zu stützen, um Syrien zu stürzen. Wohin denn? Ja? Habe ich in Deutschland keine Probleme, dass ich mich um Syrien kümmern muss? Was soll denn das? Ja? Wir haben doch hier genügend andere Probleme. Unsere Art, uns einzumischen, ist einfach Kolonialpolitik. Und das, was wir mit so einem Monsanto erleben, ist Kolonialpolitik. Es geht darum, dass ganz, ganz wenige, ganz viele Leute unterdrücken. Es geht um Kontrolle. Ja? Aber, und das ist der entscheidende Punkt, es sind ganz wenige, die sich kontrollieren, aber es sind ganz, ganz viele Leute, die sich kontrollieren lassen, aus reiner Bequemlichkeit. Das Problem liegt hier bei uns, weil wir hier rumstehen und sonst nichts tun. So, und das ist die erste Love Parade für uns mit einem intellektuellen Ansatz. Wir müssen einfach aufhören, das zu machen. Und wenn Dr. Motte es schaffen kann, in ein paar Jahren das Million zu Ihnen sprechen, ja? Unter Einsatz von irgendwelchen LSD, kein Problem damit, nehmt das, wenn ihr Bock drauf habt. Ich brauche das nicht, ja? Aber, dann können wir doch mal in der Lage sein und sagen, wir wollen eine andere Republik. Dann machen wir die doch einfach einfach. Wir machen eine andere Republik. Wir machen nämlich nicht mehr mit, das ist das Erste. Nicht mehr mitmachen. Ja? Und die Freunde, die hier rumstehen, ja, in Grün, das sind unsere Homies-Freunde. Wir haben die nämlich bezahlt. Das sind meine Beamten, die habe ich bezahlt, damit die mich schützen. Und zwar vor Angela Merkel und ihren komischen Freunden. Das sind meine Polizisten, das sind meine Freunde. Ja? Das Ding geht hin zu Ihnen, umarmt Sie. Das sind unsere Beamte. Die haben genauso Kinder. Die haben auch keinen Bock auf den Scheiß. Ja? Und er meinte, dass unsere Soldaten Bock haben auf den Hindu-Kusch, dass man sie dort mit deutschen Waffen beschießt. Auch nicht. So, das ist nämlich der Feind, der aufgebaut wird. Die anderen. Es gibt keine anderen. Wir sind alle anders. Sie sind alle anders. Ja? Und die brauchen doch keine gleichen Tomaten und gleiche Menschen und das gleiche Denken und die gleichen Parteien und die gleichen Ziele und diese komische Demokratie, die wir auch nicht brauchen. Die wir irgendwo hin exportieren, damit die nach unserem Gusto glücklich werden. Nein! Die sollen so leben, wie Sie wollen. Ja? Wir würden doch hier auch nicht irgendeinen anderen Staat aufbauen, weil das irgendein Mullah möchte. Aber die sollen nach unserem System leben. Lass sie doch in Ruhe! Ja? Ja? Lass die anderen dann in Ruhe. Ich brauche nicht diese... Wenn ich nicht wissen will, was Angela Merkel denkt, oder muss ich im State Department anrufen, dann brauche ich auch Angela Merkel, denn das ist viel zu teuer. Ja? Ja? Und das ist der Punkt. Ich meine, wohin du gehst, du darfst das nicht verwechseln. Es sind nicht die Amerikaner. Es sind nicht die Griechen. Es sind nämlich nur die Regierungen, die von irgendwelchen Lobbys gestellt werden, weil wir sind alle im selben Team. Ja? Und ja, dieses Gefahr, wenn der Euro kaputt geht, dann geht Europa kaputt, als wenn es vor dem Euro keinen gemeinsamen Gedanken gegeben hätte. Das ist doch absurd! Ja? Ja? Ich dachte, da gibt es die Griechener, die die Demokratie irgendwie erfunden. Jetzt sind die plötzlich faul. Ja? Die Spanier machen auch nichts. Die Italiener wollen auch daraus. Woraus denn? Die wollen raus aus der Fremdbestimmung, dass einige wenige Banken uns erklären, wie wir glücklich zu sein haben mit ihrem Geld, damit wir die Banken brauchen. Ich kenne keine systemrelevanten Banken. Die einzig systemrelevante Bank, die ich kenne, ist eine Parkbank. Das ist das, was ich sagen möchte. Aber ich sehe noch nichts Neues. Und das Problem ist, wenn ihr am 23. wieder hingeht und denkt, dass die eure Probleme lösen. Es werden doch nicht die Leute eure Probleme lösen, die auf Probleme angewiesen sind, um euch zu beherrschen. Das ist doch Quatsch. Ja? Das sind doch genau die Leute, die die Probleme brauchen, damit sie die Lösung anbieten, die ihr dann aber nie kommt. Und es ist wie mit dem neuen iPhone, kaum ausgepackt, gibt es preis ein Update. Ja? Nee, das müsst ihr einfach mal verstehen. Das ist doch alles lustig. Ja? Und deswegen kann ich nur sagen, der Schlüssel liegt im Marketing. Was hat Red Bull und Apple richtig gemacht? Ihr kennt sie, auch wenn ihr sie nicht benutzt. Aber ihr kennt eure eigenen Ideen nicht. Ihr kennt nur die Ideen der falschen Leute und diskutiert darüber, wie doof die eigentlich sind. Hört auf damit. Ja? Kümmern euch um euer eigenes Zeug und kauft diese Scheiße nicht, die man euch anbietet, die man zwingt euch, non-sante Produkte zu kaufen. Nein, niemand zwingt euch auch, die richtige Partei zu wählen. Es gibt gar keine richtige Partei. Es gibt immer mal das geringere Übel. Ja? Ich sage immer das tolle Beispiel, wenn du den Italiener in deiner Straße retten willst, macht man dir alle vier Jahre weiß, musst du zu McDonalds oder Burger King gehen. Dann kannst du deinen Italiener retten in deiner Straße. Wenn du den retten willst, dann geht das ganze Jahr zu deinem Italiener und nie zu Burger King und nie zu McDonalds. Damit rettest du deinen Italiener. Wenn es so einfach wäre. Es ist ja so einfach. Das ist hier der Trick. Der Trick ist dir zu erklären, dass es kompliziert ist, damit Angela Merkel mir was erklärt. Egal, womit Angela Merkel antritt, das weiß ich besser, weil ich habe ja viel mehr Zeit dafür, um mich zu informieren. Die Zeit hat Angela Merkel ja gar nicht. Und ihr habt ihr auch. Okay? Ich höre dann immer, kenn das, was du sagst, sage ich auch. Hör auf, das zu sagen, was ich sage. Sage dein eigenes Zeug. Genau. Oder ich schließe mich deiner Meinung an. Hör auf, dich meiner Meinung anzuschließen. Entwickel deine eigene Meinung. Das ist der Punkt. Wir sind alle Menschen, wir sind neugierig, aber Neugier muss man wecken. Sie schläft nämlich und das ist Absicht. Das ist der Punkt. Guckt euch diese Gebäude hier an. Das ist Einschüchterungsarchitektur. Warum sind Leute, die sich für mich einsetzen, warum reden die immer von oben nach unten runter? Das ist dann nicht auf Augenhöhe. Warum muss ich immer zu Leuten aufblicken? Was ist da eigentlich die soziale Komponente? Und das ist der Punkt. Es geht um Macht und Struktur. Ihr müsst das aber erst anerkennen, sonst funktioniert das gar nicht. Und deswegen sage ich zu euch, werdet wie eure eigenen Kinder. Eure Kinder werden dann alt genug und dann ziehen die aus. Und trotzdem ruft sie, legt mir meine Mutter, was weiß ich, in ihrem Alter mit auf die Lamotten raus und fragt, Kind, bist du warm angezogen? Aber ich erkenne, dass es eine Mutter ist und ich bin inzwischen selber erwachsen. Ich werde immer ihr Kind bleiben. Aber ich mache nicht mehr, was meine Mutter zu mir sagt, obwohl sie es gut mit mir meint. Weil ich weiß selber, was für mich gut ist. Und das ist gar keine Politik gegen meine Mutter. Es ist eine Politik für meine Kinder. Und deswegen lassen die Mutti, die da drüben arbeitet, die müsst ihr endlich mal freilassen. Wenn ihr sie wieder wählen solltet, das ist eine Form von unterlassener Hilfeleistung. Angela Merkel hat das Recht, endlich mal frei zu haben. Ihre ganzen Minister auch. Ja, ihr neuer, was weiß ich, Verteidigungsminister mit seinen Superthronen. Wozu Euro-Drohnen über Europa? Wen sollen die eigentlich beschießen? Griechen oder wen oder was? Ja, oder vielleicht irgendwelche Italiener, die hierher wollen. Für wen sind die Euro-Drohnen? Wird das ja das neue Pakistan hier? Was soll das werden? Ich habe ja keine Lust, das mehr mitzufinanzieren. Und ich habe das Recht, das zu sagen. Warum? Weil ich GEZ-Gebühren zahlen muss. Und wenn das, was ich sage, ja, ich bin der Programmdirektor. Und ich weiß, wie es in der GEZ-Zentrale aussieht. Da gibt es wirklich für jede Splittergruppe eine Lobbygruppe. Nur nicht für den GEZ-Gebührenzahler. Und deswegen müssen wir uns unsere eigene Kameras sagen und ins Internet stellen. Weil die Kollegen in den Medienhäusern glauben, das Internet ist der Underground. Darüber lachen wir doch nochmal, oder? Das ist so ein bisschen wie die Kutschenhersteller, die dachten, als die ersten Autos kamen, das sei nur vorübergehend. Freunde, das Internet ist nicht vorübergehend. Ihr geht langsam vorüber. Und das ist auch gut so. Und unsere Kinder werden uns später fragen, wie war das denn, Papi? Du hast dir immer das Auslandsjournal angeguckt, du hast darüber gelacht und bist trotzdem hingegangen in deinen Job. Mich hat man gefragt, hey Ken, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist so einfach, Freunde. Ihr müsst gar nicht wissen, was ihr tun müsst. Ihr müsst nur wissen, was ihr lassen müsst. Das ist ganz einfach. Bleibt man alle zusammen einen Monat zu Hause und das gesamte System ist kaputt? Ihr müsst nur einfach einen Monat zu Hause bleiben. Wer will euch denn feuern? Es ist doch gar keiner mehr da, der euch feuern kann. Wer will euch denn entlassen? Die Polizei oder wer? Der ist ja auch nicht mehr da. Es sind alle zu Hause geblieben. Bleibt mal alle zu Hause. Werdet ihr euch mal alle krank. Aber bei wem? Die Krankenkasse ist auch zu Hause geblieben. Es ist ganz einfach. Wenn das alle machen würden, dann hätten diese ganzen Figuren überhaupt nicht. Keine Funktion mehr. Und das ist die Funktion nur in eurem Kopf. Solange ihr an den Weihnachtsmann glaubt, gibt es ihn. Und wenn ihr nicht daran glaubt, dann müsst ihr euch die Geschenke selber kaufen. Das war es aber auch schon. Das ist der Unterschied. Okay? Das ist Demokratie. Demokratie heißt für sich selbst die Verantwortung übernehmen und sie nicht jemandem übergeben. Das machen wir alle vier Jahre. Und dazwischen machen wir nichts. Und damit müssen wir aufhören. Entlass diese Minister endlich in die Rekanfreizeit. Damit die sich mal an der Basis schlau machen können. Fragt doch mal Angela Merkel in ihren Dienstwagen. Wo wird der Betank vorne, hinten, rechts? Das weiß ich noch gar nicht. Sie hat noch nie Betank. Sie weiß nicht, was ein Liter Milch kostet. Sie kauft ihn gar nicht ein. Die Zeit hat sie auch gar nicht. Gebt Angela Merkel ihrem Kollegen ja die freie Zeit. Damit die sich von ihren eigenen Gesetzen erholen können. So. Mehr habe ich dazu zu, nicht zu sagen. Ihr müsst, ich sage es nochmal, Monsanto als System, ihr müsst darüber lachen. Dann müsst ihr anfangen. Ich sage mal Monsanto, ihr lacht Monsanto. Nochmal, es läuft viel zu leise Monsanto. Das muss im Grunde der Abschluss eines jeden Witzes sein. Wenn irgendjemand was nicht witzig ist, sagt einfach nur Monsanto. Und deswegen, das ist das, was ich zu sagen habe. Es ist nichts Neues, ich kann es vielleicht etwas schneller formulieren. Das war es aber auch schon. Also, ich bleibe auch nicht einer von euch, weil es gibt kein euch. Es gibt kein uns. Es gibt nur jeder für sich und alle zusammen. Das ist das. Lasst euch nicht auseinander definieren. Und hinterfragt die Systeme. Hinterfragt, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es läuft. Aber ich probiere es aus. Okay? Ich bin auch nur ein Sucher, da auch nur jemand etwas ausprobiert. Und ich habe es satt. Ich habe es satt, dass man mich ständig belüht und für dumm verkauft. Das, was mich wirklich stört. Ich sage nicht, dass Politiker alles besser wissen müssen. Was mich ankotzt, ist, sie wissen es nicht besser, aber sie tun so. Und denken, ich bin so blöd, dass ich das glaube. Sehe ich aus, als wäre ich blöd? Nein! Bin ich nicht. Ihr seid auch nicht blöd, okay? Guckt in den Spiegel und fragt euch hin, morgen bin ich so blöd, dass ich irgendein Update brauche von Klaus Kleber? Nee, Klaus Kleber brauche ich nicht. Und ich brauche auch keinen Regierungsbrecher vom ZDF, der später Intendant mit Pompej R, und sich für unabhängig hält. Das ist doch einwand! Freunde, das ist doch Quatsch. Wer da noch hingeht, muss sich nicht wundern. Du kannst doch nicht in den Film gehen, was ich mit Bruce Willis und sagen, das ist unrealistisch. Das weißt du doch, oder? Also, und Bruce Willis weiß es auch, okay? Geht nicht mehr in diesen Film, der ist echt langweilig. Fangt euren eigenen Film an. Vielen Dank! Danke!